Panasonic präsentiert hier auf der NAB Show 2015 die AG DVX-200. Ein neuer 4K-Cancorder, der auch bis zu 60p aufzeichnet und dabei auch eine höhere Aufzeichnungsqualität durch bessere Codex erreicht. Das eigentlich Besondere ist aber, dass hier ein größerer Sensor verbaut wird, nämlich der gleiche Sensor, wie er auch in der GH4 enthalten ist. Kannst du uns ein bisschen über die neuen Funktionalitäten und die neuen Extras der DVX-200 erzählen? Ja, natürlich. Die DVX-200 hat nicht wirklich neue Features, sondern ein neues Produkt. Es ist ein ziemlich unheimliches Produkt. Man kann es nicht auf dem Markt finden, denn es ist eine 4K-Camera. Es ist sehr light, sehr gut, es hat eine Fixed-Lenz, 13xZoom und es ist, ich würde sagen, wie ein ENG-Camcorder. Es ist sehr einfach, was sie hier nennen, eine Run-and-Gun-Camera. Man kann es aus dem Bag und starten sofort, ohne zu viel Setup und alles. Es ist sehr einfach, sehr robust und und trotzdem, man kann es mit den Fällen spielen und mit filmischen Bildern haben, also man kann Interviews und Produktionen und alles im Broadcast-Field machen. Wenn es alles automatisch ist, wie ist es mit einem Fokus? Ja, es ist ein Autofokus, neu auf dem Camcorder. Wir haben eine neue Lenz auf dem Camcorder, mit einem Motor, das ist viel besser als das, was wir hatten in der Vergangenheit haben, viel schneller und das hilft mit dem Fokus. So, wie wir wissen, mit großen Sensoren, das ist, dass die Bildung sehr leicht aus dem Fokus gehen können. Wir brauchen viele Tools, um die Fokus immer perfekt zu machen, oder zumindest nahe zu perfekt zu machen. Wir haben große LCDs und Viewfinders mit sehr hohe Resolutionen, so dass es die Fokus sehr leicht macht, wenn jemand es manually macht. Und dann haben wir ein extra schnelles Autofokus-Feature, dank der Lenz und dank dem Algorithmus in der Kamera, die man eigentlich aus dem Menü kontrollieren kann, um es sehr akkurat oder sehr schnell zu machen, aber man kann sich auf die Setzung finden, depending auf, wie man die Kamera und die Situation benutzt möchte. Welche Art von Recording-Formaten sind unterstützt? Basisch, sie benutzt MPEG-4, wie all diese Art von Camcorders. Wir können realisieren 4K, das ist eine wichtige Funktion, weil die meisten Kamerinnen machen Ultra HD, so wie jetzt, und sie nennen das 4K. So, diese Kamera macht 4K, in 20p und also Ultra HD, bis zu 60p. So, natürlich, Sie können 4K und HD recordieren, bei der gleichen Zeit, so Sie haben 2 Slots von SD-Card, so Sie können das einmalig machen. Und all die Bitrate sind noch nicht definiert. Still, wie gesagt, das ist ein Mockup, so wir haben die Basis-Features bereits fixiert, aber nicht alles ist fixiert, so wie jetzt. Wenn es um 8-Bit zu 10-Bit geht, was ist der Camcorder? Also, wo ist es? Well, basically, die Output, wenn man HDMI 2.0 für die Output benutzt, ist es 10-Bit und es ist 4K. As far as SDI-Output ist concerned, ist es die gleiche, es ist noch nicht fixiert, so, es wird bei IBC-Timing announced. By the way, die Kamera ist für IBC-Timing und sollte, ich würde sagen, erhältlich im Oktober dieses Jahr. So, es ist nicht 100% sicher, welcher interne Rekordung wird gegeben, wenn es Intra, 8-Bit, 10-Bit, 422, 420, in 4K, Dinge wie das, sind noch diskutiert. Warum ist es so? Basically, es gibt ein neues Motorrad, also, es wird auf dem Zeitpunkt geupgradiert. Also, ja, es wird alle Intra-Frame, ja, es wird auch Long-G, aber alle verschiedene Variationen, wie ich gesagt habe, von Resolutions, Codex und Bitrate sind noch unter Begründung. Und das Rekordungsformat ist, ja, wie Sie da sehen, die SDXC Tabelle mit Schwerbuchst particulier, die 60-Mb-schwelle oder so. Ja, es ist extrem schnell. In der Wahrscheinlich gibt es keine Es gibt keine realen Neid für diese neue Standart, um auf der Kamera zu registrieren. Es kann die Downloadung der Bilder auf dem PC oder dem Mac viel schneller machen, aber eigentlich wäre das UHS-II genug, um auf der Kamera zu registrieren. Eine weitere Frage über das HDMI-Output. Du sagst, dass es 10-bit ist und es ist 4K, oder es hat eine volle Resolution. Wie geht es mit dem Color subsampling? Ist es 4K? Es ist 4K. HDMI-Out ist 4K. Das ist sicher. Also, wenn die internale Rekordung nicht möglich wäre, dann könnte man einen externen Rekordern und 10-bit, 4K. 4K. Full-Resolution. Von der HDMI-Out, ja. Definitiv. Das ist etwas, was die Kamera mit dem GH4 hat, denn da haben Sie die gleiche Funktionäre, nicht wahr? Ja. Die Ergonomie der Kamera ist ziemlich anders als ein GH4. Denn es ist für professionell und Broadcast-User. Die Preparation sollte so einfach und schnell wie möglich sein, um mit der Kamera zu arbeiten. Das ist eine große Unterschiede mit DSLR. Die DSLR funktioniert natürlich, aber trotzdem braucht man viele Akzessorien und viele Preparation zu machen. Wir können sehen, dass es typische Verbesserungen gibt, wie du bereits gesagt hast, HMI, SDI, aber wir sehen auch XLR. Wie ist es mit dem Audio? Standard XLR-Input für professionelle Mikrofone. Also, nichts Neues auf dieser Seite. Das ist die Regulare für Broadcast-User. Wie geht es um den Design der Kamera? Wie Sie sehen, es ist ein ganz neues Design. Wir haben vieles Effort in den Design der Kamera, und auch in der Balance. Und in der Weise, wie die Knöpfe und die Knöpfe auf der Kamera. Denn es ist wirklich eine Run-and-Gun-Kamera. Also, Sie sind bereit, dass Sie schnell umgekehrt werden können. Und Sie haben eine gute Balance. Also, wenn Sie es in der Hand oder auf der Schulter halten möchten, sollte es fit sein. Also, wiederum, sehr gut gebalanced und so weiter. Das Design sieht gut aus, mit dieser roten Bereich hier. Das ist wirklich etwas, wo man sehr leicht sehen kann, dass es dieses DVX-200 ist, wenn man es im Feld sehen kann. Und ich sehe auch, dass Sie drei ND-Filter haben. Also, Sie brauchen nicht extra Filters. Das ist das Gleiche. Es ist notwendig, zu haben, wenn man außerhalb. Ich würde sagen, dass es in der Sonne ist. Es ist sehr wichtig, das zu haben. So, wiederum, desto weniger Akzessorien Sie benutzen, desto besser es ist, natürlich. So, mit diesem kind von Camcorders, es ist nur ein Mikrofon, die Kamera, die Batterie. Und dann sind Sie bereit, um zu shooten in hohe Resolution 4K, aber in einer sehr einfachen und effektiven Art. Wir sehen, dass es einige Hände in der Handel gibt. Ja, es gibt es. Es ist eigentlich noch ein Mockup. Also, keine realen Hände, aber, ja, ja, ja. Natürlich, wie usual, auf der Handel, Sie werden können, ein bisschen mehr Akzessorien durch die Schrauben. Ja, natürlich. Haben Sie bereits Informationen über den Viewfinder und den Display? Ja, es wird sehr hohe Resolution sein. Noch nicht definiert, aber die Größe ist ziemlich groß, wie Sie sehen. Also, das Gleiche ist, es hilft, die Focussung, so viel wie möglich. Also, Sie werden auch die EVF oder die LCD arbeiten. Okay. Aber in beiden Fallen, es wird sehr, sehr, sehr high-def so, dass manuale Focussung ist auch einfacher. Ist es eine spezielle USB-3-Konnexion an diesem Camcorder, wie wir es gesehen haben, auf der X1000? Wahrscheinlich haben wir USB-3. Ich glaube, es ist noch nicht definiert, aber wahrscheinlich, ja. Aber dann, ich denke, dass für diesen Camcorders die Leute direkt benutzen die SD-Karte. so, ich bin nicht sicher, dass die Leute wirklich benutzen werden USB-3-Karte um die Bilder auf dem Computer. es ist ein tolles Feature zu machen, wenn man eine große Harddisk mit dir und man kann um die Karte Basically, die SD-Karte sind sehr günstig. Anyway, so, wie Sie hier sehen, Sie haben die Duell-Slots. und es ist nicht nur lange Zeit registrieren, wie ich gesagt habe, Sie können wirklich zwei verschiedene Codex auf der gleichen Zeit Also, Sie können, zum Beispiel, in HD und eine 4K-Version haben, um die Zukunftsverfahren zu sein, um das in Ihren Archiven zu haben, um das gleiche in 4K-Version die Sie in HD für die Produktionen nutzen. Vielen Dank für all diese Informationen und eine schöne NAB-Show. Wir haben schon gehört, wir haben versucht, die Kamera auch für die Digital-Schnitt-Messe zu bekommen, aber sie ist tatsächlich noch im Entwicklungsstadium noch nicht so weit, dass sie tatsächlich auf der Digital-Schnitt-Messe gezeigt werden kann. Aber sie wird auf jeden Fall Bestandteil unseres IBC-Reports dann sein, wenn wir im September wieder auf der IBC sind und dort unseren Bericht machen. Dann werden auch alle technischen Details zu den Aufnahme-Formaten feststellen und da freuen wir uns im Prinzip schon drauf, denn in der Tat scheint hier ein großer Wurf gelungen zu sein. Die Kombination aus einem großen Sensor mit einer großen Lichtempfindlichkeit, die natürlich für das Thema 4K 60p auch hilfreich ist, verbunden mit einem gut funktionierenden Autofokus oder einem guten Fokusassistenten. Das klingt vielversprechend und da freuen wir uns drauf.